Die Knöpfe Den haben sie erst rausgeholt. Kleiner Bruder geht ja nicht. Den haben sie eben rausgetragen. Die Knöpfe Den haben sie nicht geknört. Jetzt wird es reine Stopps. Den haben sie rausgetragen. Jetzt wird es drin. Jetzt wird es raus. Jetzt wird es raus. Jetzt wird das... Oh, der will gar nicht das Baby. Baby. Jetzt haben sie auch erst rausgezerrt. Mama fällt da hinterher, ja? Ja. Alle Kletteren rein, Baby. Das ist ein bisschen frischer, wie er hat er gemacht. Die sind ganz neu, wo das leider ein bisschen. Gucken wir alle, was ich bin. Wenn man das denn so schauen, so sieht es gar nicht aus wie hier. Ja? Ist das ein Leopold? Nein, ein, ein. Das ist ein Leopold. Da ist ein Leopold, ja? Das ist doch ein Leopold, ja. Und dann ist das eine Leopold. Wir müssen das dann da rein und raus kommen. Dann ist das dann noch... Nein, aber... Ich weiß das... Ich weiß das... Hieps Bein. Das ist in der Mitte, das ist schon ein Krimpferl, so. Ja. Da ist ein Krimpferl. Na, ist ein Krimpferl. Oh, G**s! Du willst mal so einen Hund die dritte Rien oder so? Ja. 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 Doppelkische Luft hier? Ja. Mann, ist es so da, Mann, ist es so. War das Dich? Ja. Wollte dich nicht darauf machen. Das muss ja irgendwo ausgeschüttert sein, ist aber nicht, ne? Gämsenartige. 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 Ich habe Durst. Ich habe Durst.